Hallo, hier ist Ronja und die Sommerferien sind vorbei, jetzt muss ich wieder in die Schule und ich wollte mich hier eigentlich mit... Oh, da ist Flo schon. Flo, hi. Oh, hi. Weißt du, wo wir jetzt Unterricht haben? Ich war schon so lange nicht mehr, ich hab mich irgendwie voll... Ey, ich war... Wer ist das? Ey, was... Was möchtest du? Hey, wer ist das? Wer bist du? Hey, was möchtest du von ihm? Hey! Hey, 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 halt schon, bleib mal stehen. Wer ist das? Ich hab keine Ahnung, warum hat die dir den Wub weggenommen? Oh... Hey, wo ist die denn? Ich glaub, die ist in die Frauendusche gerannt. Oh nein. Warte, ich... Ich geh... Ich geh... Ich geh... Ich geh... Das ist eher ungünstig. Ja, ich mein... Sind wir halt ein bisschen zu spiel? Was, ich trage meine Füße, ich geh sehr gerne mal am Rücken. Wer tut das nicht? Okay. Ey, weißt du, wo wir hin müssen? Äh, ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wenn wir Mathe haben, dann weiß ich, wo wir hin müssen. Okay. Also. Hier vorne. Und dann... Könnt ihr die Kuh nach dem Weg fragen? Die kennt sie bestimmt. Weil du Mathe unterrichtest? Oder bist du zufällig unser Lehrer? Achso, die Ähnlichkeit ist vorhanden. Ich geh' vor... Äh... Hat die was gesagt? Oder... Da drin ist jemand. Und... Oh, nice. Okay, gut, dann... Warte, wir beeilen uns, sonst sind wir eh schon zu spät. Hey! Was denn? Der Flo wird nicht gerannt. Wir waren zu spät, es tut uns leid. Ja, das ist mir egal. Ihr wollt nicht... Ihr wollt nicht gerannt, verdammt nochmal. Hä? Ja, Entschuldigung. Wir gehen ja schon, okay? Ich bring euch jetzt... Nein, ihr kommt mit. Los! Ihr kommt jetzt mit. Wohin denn? Wir zum Direktor, weil wir gerannt sind. Wirklich? Wir müssen zum Unterricht. Wir sind eh schon zu spät. Können Sie das bitte irgendwann anders machen? Ey! Heißliche Gewalt! Ich bin auch Hausmeister! Ey! Okay, wir gehen jetzt einfach... Können wir bitte in Unterricht gehen? Wie sind eure Namen? Ronja. Herr Hausmeister. Herr Lehrer, der Typ erinnert uns. Sorry, wir sind zu spät, aber der will uns zum Direktor mitnehmen, weil wir gerannt sind. Okay. Ihr deutsche Kinder. 1B. 1B. Kommt rein, setz euch nieder. Okay. Also 1 und 1 ist 2, das wissen wir ja schon seit gestern. Und... Gestern hatten wir eine kleine Schule, Herr Lehrer. Da waren noch Ferien. Nö. Ja, das wissen wir seit vorigen, ja. Das sollte man eigentlich schon wissen. Da war ich nicht so viel da. Oh nein, jetzt hab ich hier geklickert! Oh nö! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab Getränk umgeschüttelt. Oh nö! Oh ne! Oh nein, Gander! Hast du dich schon wieder angepänkelt? Oh warte, das ist eine andere Flüssigkeit! Oh ne! Es passiert hier ständig! Kann man... Ronja, Chaos noch! Ja? Hol schnell den Direktor! Flo! Ah! Ah! Wer bist du? Ich hab mir die Hose gemacht! Hilf mir! Wer ist das? Es klebt! Das ist eklig! Okay, wir gehen schon. Wir gehen schon. Direkte heulen. Okay, komm mit Flo. Wo ist er? Der ist hier direkt gegenüber, hat er sein Büro. Oh mein Gott! Bin da hab ich gepennt! Eigentlich nicht lange. Ich glaub, du bist direkt am Anfang eingeschlafen. Okay. Hier müssen wir hin. Ja, hier müssen wir hin. Okay, hier rechts. Wenn ich mich recht entsinne. Ich glaub, hier ist das Büro vom Hausmeister. Warte. Hier, genau. Geht's rein. Oh nein. Hey! Was macht ihr? Oh nein. Raus! Raus! Sofort raus! Ihr müsst anklopfen, verdammt nochmal! Oh mein Gott! Raus! Entschuldigung! Ja, wir gehen rein. Wir klopfen an. Ich glaub, ich war nicht der Richtige. Okay. Okay. Dann machen sie auch die Tür zu, oder? Wenn wir ihn anklopfen sollen? Nein! Was soll denn das? Okay, Flo, wir gehen jetzt einfach rein. Ich bin beschäftigt. Hey! Nein! Na! Böse! Da! Wo ist der? Ah, da ist der hässliche Grüne. Hey! Was wollt ihr? Hier, der Dings hat mal wieder was verkippt. Sie sollen das aufwischen. Äh. Ja, der hat die in die Hosen gemacht. Richtig schön kleben. Okay, ja. Müsste sie aufwischen. Ja. Mach das selber. Nein! Sie arbeiten hier! Sie sind der Hausmeister! Hallo! Okay. Okay, ich glaub, wir sollten... Okay, Flo, wo ist der hin? Was? Komm mal rein, hier ist niemand mehr. Ach lo, ich dachte, der schläft, aber... hä? Hä? Okay, der hat einen Fernseher, ein Sofa, ist irgendwie auch nicht so... Warte mal, hier ist ein Schalter. Warte kurz. Ist irgendwas aufgegangen? Hä? Oh, warte, guck mal hier hinten! Da ist jemand! Okay, ist der da hinten hingegangen? Ja. Oh Gott. Ich hab noch... Warte. Ja, ich sehen, warte. Was macht der da? Was macht der da? Komm her! Was ist das? Hä? So! Danke dafür! Was ist denn passiert? Hä, er ist weg! Er ist weg? Hä? Okay. Äh, Entschuldigung? Hallo? Hallo! Äh, was ist... Was ist passiert? Also... Bums, die blaue Haare! War... Also hier... War doch grad der Hausmeister, oder? Ja! Wir haben Apfel gegessen! Hä? Hä, und? Dann... Kommt ihr in 30 Minuten... In einer anderen Welt! Der Hausmeister ist nämlich sehr böse! Äh... Okay... Hä? War was für eine andere Welt? Also... Hä? Okay, wir essen den Apfel und dann? Was hat der Hausmeister gemacht? Wieso? Also... Das ist ein sehr, sehr böse Arm! Ja, aber was ist denn das? Also... Das schmeckt salzig! Hä? Das macht doch gar keinen Sinn! Wer... Wer bist du überhaupt? Ich bin die weiße Vieh! Okay... Und... Was hat das mit dem Apfel auf sich? Das ist ein sehr magischer Baum! Und wenn man da vorne einen Apfel isst... Ja, wahrscheinlich hat das so ein Effekt wie Helium, oder? Meinst du, dass die Stimme anders wird? Ich glaub! Okay... Aber... Ich mein... Weil... Ich mein der Hausmeister ist... Der ist jetzt weg! Sicher, dass das jetzt nicht einfach so ein... Okay, wir essen den Apfel, wir sterben... Ding ist? Also... Jo! Mir! Okay... So... Sollen wir den Apfel essen, Flo? Ah! Keine Ahnung! I mean... Ich mein... Er ist... Der Hausmeister ist eigentlich... Es ist schon ein unsympathischer Kerl... Also es kann schon sein, dass der nicht... Okay, komm! Flo? Flo? Oh, hi! Wo sind wir? Wo sind wir hier? Warte, was ist das? Warum... Also siehst du irgendwo den Hausmeister? Was ist das hier alles? Herr Hausmeister, ich dachte ich bin... Oh, warte mal... Was? Oh, oh... Was meinst du? Was ist das? Ich weiß es nicht, was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hinter uns, Flo! Hinter uns! Ah! Lauf! So, das war's mit dieser Folge Minecraft Traum. Traum kommt jetzt immer am Mittwoch und am Samstag hier auf meinem Kanal. Wenn ich's hinkrieg, auch am Montag. Wir werden sehen. Ansonsten, falls euch die Feier gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, was ihr denkt, was als nächstes passiert und generell einen Daumen hoch da lasst. Das würde mir sehr helfen und genau, falls ihr neu hier seid, abonniert meinen Kanal und drückt die kleine Notifikationsglocke, damit ihr immer Nachrichten kriegt, wenn ein neues Video hohes. Normalerweise ist das jeden Tag 13 Uhr. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Bis zum nächsten Mal.